2, 1 und 0! Bam Leute! Und somit sage ich, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget. Ihr glaubt nicht, wie viele Aufnahmen das gekostet hat, um das endlich mal hinzukriegen, dass ich direkt beim Fertigstellen der Edelsteinmine einen Schlüssel bekomme. Und da haben wir ihn, den nächsten Schlüssel, und zwar den schattigen Schlüssel der Fröstler. Sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, wir schauen ohne Umschweife direkt in den Dungion hier rein. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir denn hier? Boah, 1000 Durchschnittsschaden. Die erste Waffe, die ich habe, die 1000 Durchschnittsschaden hat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Platz ist ziemlich begrenzt, aber gut, gucken wir mal. 4 Dungeons, das heißt zweimal Inventar lernen. Und vielleicht können wir zwischendurch mittlerweile was ausrüsten, weil die Dungeons ja mittlerweile fast für mein Level sind. Und klick, da hat er sich geöffnet, der Frostblut-Tempel. Ja, schauen wir einfach mal rein. Äh, da hier die. Und wieder einmal hat der barbarische Bertram die Stricke in der Hand und schafft die ersten Gegner vielleicht sogar noch komplett alleine. Schauen wir mal. Vielleicht kommt es in dem Dungeon das erste Mal zur kundigen Kundigunde zum Einsatz. Ich könnte sein, je nachdem wie stark die Gegner werden, weil... Uh, eine Kopfbedeckung für den Krieger. Sehr schön, die hilft mir allerdings gar nichts, weil da habe ich erst eine bekommen. Dann kommt das schwarze Phantom. Und das schwarze Phantom schafft es tatsächlich, den Bertram zu bezwingen. Ähm, ja. Aber auch nur wahrscheinlich, weil es 5 Millionen Mal ausweicht. Ich meine, es ist ein Kundschafter. So oft weicht er gar nicht mehr aus. Und da ist er tot. Aber der magische Marquardt, dagegen seine Angriffe kann er nicht ausweichen. Und somit haben wir das nächste. Gut, sehr schön. Dann haben wir den Frostblut-Templetage 3, der Drago, der Kälte. Und er... Äh, ja, genau. Wird kalt gemacht vom barbarischen Bertram. Der Drago, der Kälte, wird kalt gemacht vom barbarischen Bertram. Meine Wortspiele sind so schlecht. Ähm. Ja, und er hat gleich gar keine Chance. Das sind halt Stärkegegner. Stärkegegner werden uns so leicht fallen, glaube ich. Naja, mal gucken. Da haben wir eine Schatzkarte. Und da können wir, glaube ich, einen können wir noch machen. Der unheilige Mönch. Und wir haben schon wieder ein Level ab. Wow, das ging schnell. Das ging fucking schnell. Und... Ja, der barbarische Bertram wird bezwungen. Wow, der unheilige... Ja? Äh... Läuft, ne? Ja, gut. Birdie, hau mal wieder rein. Wow, er hat nur einmal getroffen. Aber der Marquardt... Äh... Zeigt ihm jetzt, wo der Zauberstab hängt. Schwupp! Da ist er tot. Wow, der hätte sogar fast den magischen Marquardt bezwungen. So, bam! 360! Yes! Mal wieder ein Runder. So, und jetzt schauen wir mal, was wir da haben. 544. Okay. Ich glaube sogar, dass ich hier den barbarischen Bertram ein Sockelding gegeben habe. Ja, daher ist er besser. Dann haben wir Geschick. Ja, ich würde sagen, das erste Item, was wir mal sinnvoll austauschen können. Hätte ich jetzt den Geschickstein. Hm. Na egal. Dann haben wir hier wieder Geschick. Ja, nehmen wir. Und hier haben wir Intelligenz. Ein Ring mit 548... Ja, genau, das ist ein Ring. Passt. Sehr schön. Können wir mal ein bisschen Zeug wegwerfen. Das ist ja auch schon alles uralt gewesen. So, dann gehen wir wieder rüber in die Schattenwelt. Und da ist das Alien der Hölle. Schon wieder ein Geschickgegner. Deswegen schafft er auch den Bertram. Ob wir noch die Kundigunde sehen, ich weiß es nicht, was man im Frostbluttempel. Der letzte. Das war dieser Frostdämmung, glaube ich. Ich glaube, das war Gestärke. Ich glaube, der letzte hier war Stärke. Und tschüss Bertri. Ja, der Marquardt ist ziemlich stark eigentlich. Muss ich schon mal sagen. Wow, der Kritz. Uh, eine Vuvuzela. Nice. Schauen wir uns mal an. Der extraterrestrische müsste ein Int-Gegner sein. Oh, der erste Int-Gegner, der den Birdie bezwingen kann. Nein, kann er nicht. So, hier unten steht ja gar kein Marquardt. Und... Defeated. Dann haben wir den Frostbluttempel, Etage 7. Man merkt es halt wieder. Es ist wieder ein Stärkegegner. Der Drache des Wahnsinns. Es ist wieder ein Stärkegegner und hat somit wieder keine Chance gegen den Bertram. Ich glaube, bisher haben es wirklich nur Geschickgegner vereinzelt geschafft, den Bertram zu bezwingen. Und das natürlich auch durch diese endlose Reihe an Ausweichen. Sehr schön. Oh, ein Glück. Yay. Gibt euch das, dass es Erfahrungspunkte gibt. Das ist so episch. Da haben wir Rüstung. Es ist noch nicht so gut wie das Zeug, was wir haben. Aber es ist besser, als das Zeug, was der hat. Jawohl. Gleich mal austauschen. Vor allem, da ist ein Sockel drin. Das darf man nicht vernachlässigen. Und dann haben wir die Wuvuzela mit 1100. Und wisst ihr was? Die tausche ich jetzt aus. Und zwar, weil sie einen Sockel hat. Das ist der einzige Grund. Ich würde sie nicht austauschen, weil der Schaden hier doch noch etwas höher ist. 50 Schadenspunkte ist ein bisschen was. Aber wenn wir hier dann einen Sockel einsetzen können, ist dann doch die Wuvuzela etwas besser. Und dann hauen wir das auch zum Teufel. Und gucken weiter in den Frostblut-Tempel. Da machen wir die letzten drei Etagen noch. Schauen wir mal, was es Erfahrungspunkte gibt. Ich bin circa zwischen dem W und dem Klammer auf. Und schauen uns... Ja, ein Geschickgegner. Er schafft den Bertram wieder. Natürlich. Ich habe irgendwann mal gehört, in der Ehrenhalle soll der Krieger die Kundis irgendwann mal total countern. Also stärker sein als die Kundis. Das kann ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen. Ich werde oft von ziemlich schwachen Kundis, verhältnismäßig schwachen Kundis, fertig gemacht. Einfach durch ihr Glück. Geschick. Geschick ring. Okay. Schauen wir uns den Fernwendel an. Das ist wieder... Ah, der erste Entgegner, der unseren Bertram... Wow. Der erste Entgegner, der unseren Bertram schafft. Aber auch nur knapp. Auch nur knapp, muss ich sagen. So, sehr schön. Haben wir... Oh, Stärkeschuhe. Jetzt geht's auf. Und dann haben wir die Mordmaschine. Ach ja, hier war die Mordmaschine. Auch ein Entgegner, der wird den Bertram... Auch umhauen, jawohl. Die Mordmaschine. Mein Gott, was haben wir... Was haben wir zwei schon viel Spaß gehabt mit anderen Charakteren, ne? Der Bertram schafft genau die Hälfte. Wow. Fuck das. Ja, sehr schön. Oh, oh. Es hat aber ein paar gute Items hier gegeben. Das ist ja Wahnsinn. Und schon wieder fast ein Level voll. Boah, ich liebe diese Schatten-Dungeons. Wobei sie jetzt auch schon wieder... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 Etagen von 150 haben wir schon durch. Die nächsten 40 sollen angeblich noch gehen. Schauen wir mal. Genau, wir wollten gucken. Ja, ihr seid ausgedient mit dem nächsten Stärkestein. Das wird's wohl sein. Genau. Okay, dann würde ich sagen, heben wir uns die Schuhe mal auf. Denn wenn ich einen Stärkestein bekomme, dann ziehe ich mir natürlich die Schuhe an. Der magische Markwart. 2214, 2128. Es ist wieder so, dass die Waffe schlechter ist, aber sie hat einen Sockel und deswegen werde ich sie anlegen. Dann kommt die schöne Halloween-Waffe leider weg. Achso, ich habe hier noch ein Item. Da, was haben wir hier? Ah, genau. Du bist ein bisschen besser. Und du hast natürlich einen Sockel, was dich gleich viel besser macht. Ich musste schon ziemlich viele Sockel wegschmeißen, am Platz zu bekommen. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber jetzt, also von vielen verschiedenen Klassen, Farben etc. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Slots für Geschicksteine und wir haben 2 Slots für Magie und wir haben einen für Stärke. Josh ist schon okay. Beziehungsweise 2 für Stärke, weil ich werde das ganz einfach so machen, dass ich, wenn ich noch einen Stärkestein bekomme, den tue ich dann da rein und dann tauschen wir hier mal Waffen aus, die die Waffe macht. Mehr Schaden als die mit einem Stärkesockel drin, macht das mehr Sinn. Genau. Gut, aber noch müssen wir nicht so rumspielen. Noch sind die Dungeons sauleicht legbar, da ich noch nicht mal an die Reihe gekommen bin. Und die Kunigunde ist auch noch nicht dran gekommen. So sieht's aus. Also da wird uns wahrscheinlich im nächsten, in der Premiere des Wahnsinns, wird's wahrscheinlich immer noch nicht mal schwer werden für mich. Wobei natürlich die letzte Etage ich selber bin und mal schauen, was die dann so zu bieten hat. Genau. Gut, ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Das war schon der achte, der achte Dungeon aus der Schattenwelt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Let's Play Shakes and Fidget bei der Pyramide des Wahnsinns. Nur nicht wenn Verstand oder Leben verlieren. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Bis dann. Vielen Dank.